Hallo und willkommen zu einem ganz besonderen Special, denn dieses Mal geht es nicht um mich und auch nicht um Videospiele, sondern um etwas viel Wichtigeres, nämlich um dich. Aber Moment mal, wer bist du eigentlich? Ich habe mal Google Analytics gefragt und einige interessante Statistiken über den durchschnittlichen Landsquid Bird Rider Zuschauer herausgefunden. Zum Beispiel, dass du mit 96%iger Wahrscheinlichkeit männlich bist, mit 4,1%iger Wahrscheinlichkeit weiblich. Was bedeutet dann, dass ich 100,1% Zuschauer habe? Yay! Aber hey, Google Analytics liegt nicht. Des Weiteren bist du mit 42%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 25 und 34. Oder zu 24%iger Wahrscheinlichkeit zwischen 18 und 24. Dich gefolgt von einer 18%igen Wahrscheinlichkeit von 35 bis 44. Gefolgt von 7,5% 45 bis 54 Jahre. 6,6% spricht dafür, dass du zwischen 13 und 17 Jahren bist. 1,8% sprechen dafür, dass du zwischen 55 und 64 bist. Und 0,6% sagen, du bist über 65. Bei den über 65-jährigen Zuschauern haben wir übrigens die höchste Frauenquote von 14%. Aber hey, an der Frauenquote sollte ich echt ein bisschen arbeiten. Vielleicht sollte ich in Zukunft öfter mit nacktem Oberkörper streamen. Aber das war es noch lange nicht. Ich weiß alles über dich. Zum Beispiel, dass du mit 38,3%iger Wahrscheinlichkeit ein Handy benutzt, um meine Videos zu gucken. Dicht gefolgt von einer 32,8%igen Wahrscheinlichkeit für Computer. Darauf folgen dann auch wieder relativ dicht beieinander Spielekonsolen und Tablets und etwas abgeschlagen TV-Geräte. Außerdem kommen ganze 87,8% aller Klicks aus Deutschland. Also wahrscheinlich wohnst du irgendwo in dem Land. Aber mit 6,4%iger Wahrscheinlichkeit könntest du auch aus Österreich kommen. Und mit immerhin noch 3,1% liegt die Schweiz auf Platz 3. Das war relativ zu erwarten. Danach folgen übrigens mit jeweils unter 1% die Länder Thailand, Luxemburg, Italien, die Vereinigten Staaten, Belgien, Frankreich, Niederlande und so weiter und so weiter. Und da alle Abonnenten des Kanals für Pi mal Daumen ein Drittel aller Klicks auf dem Kanal verantwortlich sind, bist du mit ungefähr 66%iger Wahrscheinlichkeit kein Abonnent. Und wenn du Abonnent bist, dann bist du mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,14%, so in etwa, auch Patreon. An der Zahl könnte man arbeiten. Und wenn man den Zahlen glaubt, dann sind etwa 5,5% der YouTube-Abonnenten auch Twitch-Abonnenten. Und die wichtigste Statistik zum Schluss, denn mit 100%iger Wahrscheinlichkeit bist du ziemlich awesome. Und wie immer an der Stelle bedanke ich mich herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.